Bei vielen hübschen Promi-Damen aufzufallen, ist nicht so leicht. Anna Ermakova ist das in ihrer transparenten Robe gelungen. Anna Ermakova, 23, ist bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises am Donnerstagabend, 28. September, in Köln mit einer transparenten Traumrobe aufgefallen. In dem sexy Kleid fühlte sich die Let's Dance-Siegerin sichtlich wohl. Für die Fotografen drehte sie sich und ließ sich von allen Seiten ablichten. Viele Prominente waren in die MMC Studios gekommen und schritten vor der Preisverleihung über den roten Teppich. Ein besonderer Hingucker war dabei die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker, 55, die in einem transparenten Kleid kam. Das bodenlange Dress aus nudefarbenem Nylonstoff ließ die Haut durchblitzen. Die wichtigsten Körperstellen waren durch silberfarbene Verzierungen bedeckt. Neben ihrer Mutter Angela Ermakova, geb. 1968, strahlte die neue Supertalent-Jurorin in ihrem sexy Outfit. Ihre Lippen hatte sie dazu mit roten Lippenstift betont. Zuvor hatte sich Anna Ermakova auf ihrer Instagram-Seite noch ganz lässig in ihrer Garderobe im schwarzen Sport-Outfit und mit rosafarbener Kappe gezeigt. Sie betonte, dass es ihr eine große Ehre sei, bei der Gala eine Laudatio zu halten und den Preis für beste Factual Entertainment zu überreichen. Dazu gestand sie. Ich freue mich so sehr, aber bin auch nervös. Untertitelung des ZDF, 2020